Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Neuerbruder. Willkommen zu einer Folge Minecraft Mörder, zusammen mit... Der Typ hat einen neuen Skin, ich hasse Veränderungen. Kommst du ehrlich? Ja! Halt's Maul! Wir machen heute wieder so eine Aufnahme, wie schon mal einfach eine Stunde lang Mördenman. Achso, ich hab grad schwierig gepackt. Lach mir erst auf der Party, Alter. Oh, wäre vielleicht ganz intelligent. Ja, wieder so eine Aufnahme, wo ich die besten 10-15 Minuten zusammenschneiden werde. Yay! Eine Stunde und alles ist rausgekommen bis 15 Minuten, ich freu mich schon. Also, ich fand das letztes Mal voll cool, dafür ist das Video dann... Es war auch cool. Dafür besteht das Video dann halt nur aus coolen Momenten. Los geht's. Nein, ich bleibe gleich weg, weil ich mein 10 Gold hab. Hä? Bist du... Hä? 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 Bei mir backt grad alles. Hä? Was ist passiert? Oh, der Bogen. Wurde nicht einmal gedruckt. Ach, der Bogen. Lebst du noch? Ich wurde grad wegen Flyen gebahnt... äh gekickt. Weil ich irgendwie auf der Stelle gebackt bin und nix tun konnte. Nein, mein Pferd! Ehhhh... tut! Ein Kino Euro. Hahaha, meine Witze sind wieder on point heute. Hm. Meine Witze sind wieder on point heute. Hm. Meine Witze sind... der war toll. Sag nix gegen meine Witze. Ich bin grad schon die ganze Zeit hinter... Oh, der Noob Skinner. Der Noob Skinner. Hey, komm hinter mir her. Okay. Ich bin Köder. Du sammelst... ja. Du sammelst Gold auf. Du sammelst das Gold auf. Ich brauche einen Team-Kameraden. Ich hab... übrigens fällt auch für sich nix ein Nooscopes an. Das würde sehr gut, dass ich sterben werde. Da liegt Gold. Sechs. Weil ich so richtig bin. Äh, da liegt ein Steveskin am Boden. Ich glaub der ist es. Na? JA! Nicht für mich ist es! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hä, warum hat denn der für einen komischen Kopf? Äh? Scheiße, Mann. Jetzt hat der bei mir den normalen Kopf. Da hat der irgendwie einen anderen Kopf. Achso, da bist du. Ich such ihn halt noch. Alter, wo ist denn der? Oh. Du Arsch. Alter, ich mein Mann. Ich glaub, weil ich dumm bin. Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit deine scheiß Maus gehört. So richtig... Ich weiß. Ja, ich hatte halt... ich hatte so null Gold. Am Ende drin. Ja, weil die wissen halt nicht, welch ich bin. Nur noch der Typ, wo ich hier grad zugucke. Oh nein! Ja! Alter, das kommt instant ins Video. Alter, auf! Da rennt in dich rein und die Zeit ist rum. Die Welt! Ach du Scheiße! Ich hab da null drauf geachtet! Ich hab da null drauf geachtet! Und boom! Seid vorbei! Ich hab null drauf geachtet! Ich dachte irgendwie grad in dem Moment, wir haben verloren, weil du ihn getötet. Ich hab jetzt gedacht, boah ey, ich hab instant gewonnen. Ich geh jetzt nochmal kurz zum Bogen und weil der da so und so ist, dann boom! Einfach Ding! Ich geh zum Glücksspiel. Glücksspiel ist toll! Ey! Oh! Ich bin gleich wieder tot! Hey! Oh! Da bist du! Okay, ich laufe. Das Glücksspiel ist... Du bist grad am Glücksspiel vorbeigelaufen! Ich weiß nicht, wie du... Los geht's! Oh Scheiße! Das war das Schlauste, das ich je gemacht hab! Die Tür war halt sogar noch offen und die Schlucht war noch da! Komm! Gib mir was Gutes! Ich bin da, ich komm, ich bin grad auch in der Nähe. Wow! So Carly! Richtig geil! Diese Statue spammt jetzt meinen Chat zu! Äh, warte! Einer läuft auf mich zu! Play! Ich denk mal Play! Ja! Ich hab ihn! Der war's nicht! Ich war Detective, ich hab ihn gekillt! Ach geil! Das war der, den einer in den Chat geschrieben hat! You kill Tansi oder so ähnlich! Du kannst genauso viel Gold haben, wie du essen kannst! Was denn? Ja geil! Die Statue hat mir mal wieder Scheiße gegeben! Die geben mir gar nicht! Wenn ich jetzt stehen bleibe, nehme ich Schaden! Bei mir ist so, dass bei mir gar nichts passiert! Bitte mal was Gutes! Oh cool! Jetzt hab ich Sloanus! Ich liebe diese Statue! Sie ist auf jeden Fall das Beste, das es in diesem Modus gibt! Oh! Ich fiel Pläst! Aber wie jedes Gold, das ich bekomme, krieg ich 3! Was?! Boah! Du kriegst so einen geilen Effekt! Und ich die ganze Zeit... Oh! Ich darf nicht mehr stehen bleiben! Oh! Ich hab Sloanus! Oh! Ich bin scheiße! Ja! Ich würd grad sagen, oh ich bin scheiße! Aber du hast mich voll weggenommen! Scheiße! Ähm! Okay! Cool! Jetzt kann ich noch langsamer laufen! Jetzt hab ich nämlich leere Hungerleiste! Ich kann jetzt nur noch mit 2 Stundenkilometern laufen, darf aber nicht stehen bleiben, weil ich sonst Schaden nehme! Das ist voll geil! Ich liebe diese Statue! Die Runde kommt auch ins Video, einfach weil es so witzlos ist! Ich will der Statue noch mehr Geld spenden! Ich hab sie jetzt 6 Gold! Ich auch! Ich hab erst 2 Gold aufgehoben! Ja! Ich hab 6 Gold und ich sammelt es mal auf und hab schon 5 an die Statue gespendet, um mich selber umzubringen! Äh! Äh! Uh! Äh! 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 Ich hab... Ich hab... Ich hab noch der Statue mehr gespendet! Cool! Jetzt ist das Scoreboard an der Seite kaputt! Okay! So! Ich hab noch mehr! Noch mehr! Oh! Scheiße! Michelle von Logo! Tot! Der klassische Neverbrick! Der beste Mensch am Spiel! Oh! Aber cool! Der... Der sich nie im Leben rausbangen würde oder sowas! Ich stell mich hier jetzt in die Ecke! Die Ecke ist so beschissen! Oh! Mein Laptop ist gleich fertig! Ey! Mal gucken, ob die Tastatur dann wieder funktioniert! Yay! Oh! Na! Jetzt bringt er die Detektor um! Der ist im Hauptraum! Das weiß ich! Ich hoffe so, dass der gleich einfach lang rennt und mich nicht bemerkt! Mit! Es lebt doch viel! Scheiße! Er hat mich gesehen! Ich hab so Zuckungen! Ich bin schlau! Ja! Oh! Und der läuft da! Ich bin tot! Das ging so gut! Hey, was folgt der mir nicht? Als ob! Als ob! Als ob der mir nicht gefolgt ist! Jetzt bin ich ihm lieber! Ach du Scheiße! Der ist gerade genau an die Wobei gelaufen! Ich weiß! Ach du Scheiße! Das ist ich lieber bemerkt! Ey! Ich kill den! Ey! Der ist überall Gold! Ich sag dir! Ich kill den jetzt! Wenn ich den jetzt kille ist das Disrespect des Jahres! Am besten jetzt kommt der so voll oben oder oben! Da vorne! Ich seh ihn! Nein! Geschielt! Aber er hat mich nicht mal bemerkt! Ich weiß jetzt mal was richtig geil ist im Dev Chat geschrien! Nur Scheiße wird es nicht! Und... Dann bleibt halt! Ey Gunnar! Ey Gunni! Easy! Was? Ich war der beste Spieler der ganzen Runde! Ich hab sogar gleich was! Es ist gut möglich, dass es was Gutes wird! Was'n? Hm? Was'n? Ähm... Ah! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne 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 ne! Damit würde ich mir so... Damit... Ich müsste mich erschießen wenn man mich so nennen würde! Ich erzähl sie trotzdem mal! Ähm... Es war draußen Ariello! Was?! Ariello hat ja rote Haare deshalb! Warum? Was warst du nicht sagt ihr mein derweil schrecklich! Ah du bist da! Bin nicht! Doch du warst es! Ich war's nicht genau! Ich war gerade ausgelaufen und ausgelaufen und dann was... Ich hab' nicht gesehen habe ich am Humboldt nicht mehr denn... So eine Dukläcke... War mir klar! Ich glaub' du mit Messerung... Ach was war's dann! Ich bin richtig schlecht aber... bin, kann ich hier nachdenken. Warte kurz, ich geh mal kurz auf Google, Wobble. Ich geh mal kurz kacken. Warte kurz, ähm, ich, ich muss grad mal wirklich nachdenken. Aber hey, ich hab die Wahrheit gesagt, ich hab am Anfang geschrieben, dass ich Mörder bin. Das Walros, das Walros und der Jäger. Warum? Das weiß ich, ich denk mir grad kurz in den Namen. Warte kurz, ähm, lass mich mal kurz einen Einspieler spielen, der dir vielleicht beim Konzentrieren hilft. Hey, ich kann mein scheiß Schwert nicht werfen, das ist voll mies. Das Walros, Mörder. Mann, ich kann nix tun, ich kann mein scheiß Schwert nicht werfen. Ja, ich kann mal erkennen, dass du ein Walros bist. An deinem Skin erkennt ich kein Wissen, dass du ein Walros bist. Oh, der Detektivband Pro. Heils Maul! Junge, ich bin nicht nur im Todeschat Junge, mach mal aus! Junge, lass es echt mal! Das nervt! Jetzt komm her, sie brauchen einen guten Namen! Ja, das geht besser, wenn du nicht so dumme Geräusche machst! Darum geht's, das hab ich auch aufgehört! Ein Walross-Lern, die klingen ein bisschen seltsam! Die sind einfach Noobs! Die sind Noobs und ich hab trotzdem keine Chance! Am nächsten Mal, fällt dir noch irgendwas rein, außer Walross-Lern hier? Keine Ahnung, komm ins Walwasser! Nee, warum nehmen wir nicht ein, irgendwas mit einem MLG-Wahlross? Yeah! Willst du passen? Ja! Ja! Ja, mit G-Wahlross! Weil, ganz ehrlich, den Namen übrigens, glaub ich, ich stell mir irgendwann mal einen neuen Minecraft-Account! Weil, ja, aber man muss lernen, dass es langsam ein bisschen endgültig ist! Wo? Hä? Ist der Typ eigentlich tot? Die sind ja alle SEUCHE! Die MLG-Wahlrosser sind jetzt unterwegs, okay? Wir sind der Super-MLG-Squad und... Oh, dann müssen wir mal Sky-Wars spielen! Können wir bitte mal Sky-Wars spielen! Ich kann kein Sky-Wars! Ich genauso wenig! Deshalb lass mal! Lass mal machen, das ist witzig! Sag mal, wenn ich diese Runde jetzt gewinne, dann sind das hier... Nein, die Zeit! Die Zeit! Wenn du diese Runde jetzt verkackst, wär das so witzig! Das wär so, ich kann halt eigentlich nix machen! Weil, das ist genau dieselbe Map, auf der ich halt war! Ja, aber ich kann nix tun! Ich hab... Ich kann einfach nicht mit nem Bogen schießen! Äh, nicht... Was für Bogen schießen! Schwert wär! Oh mein Gott! Ey, der Typ! Der Kerl ist Gott! Sky ist Gott! Sky ist Gott! Er fragt gar nicht erst, was gerade passiert ist! Ich hab ihn! Was sind das für Noobs?! Hups! Ich hab grad auch gedacht, was zoll läuft! Ah, ich bin mit keinem Mörder. Wissen ist... Ja... Ähm... Wo bist denn du? Junge! Du bist ein Mörder! Äh... Nein! Warum? Äh... Ich weiß nicht, aber... Ähm... Ich bin nicht Mörder! Nee, ich hatte nur 9%! Aber wo bist denn du? Ich bin... Ich bin... Ach... Ich bin.. Ich war nicht mal Mörder! Ich bin... Ich bin... Nein, nein, ich war kein Mörder! Ich hab als er den sechsten... Die Kinder haben mich ganz schön den Bogen wurden in den abgeschossen! Der ist in den... Nee, der ist tot! Der ist bei der... Töte mich! Töte mich! Nein, 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 nein... Hallo! Ja, ihr wart, ich will sterben! Ich kann nicht sein! Ich bin gereist gerade für die Mörder her! Ich bin nicht mehr, dann töte mich doch! Mann! Du rastest so aus! Komm jetzt her! Ja, endlich! Das war's mit dieser Runde. Wir sehen uns in einer neuen Aufnahme. Bis dann! Tschö, tschö Leute. Heee! Ich mache noch ne Mystery Box auf, weil ich's kann. Ähm, ist ja auch die Aufnahme schon gestoppt? Nö. Ciao!